Hallo und herzlich Willkommen bei Buzz Tuning. Aufwärts. Ha, diesmal warst du's. Los geht's. Dies ist jetzt ein Nachbau, den habe ich vor... Du hast gewinnen am Sport. Ja, schau mal, wie du dich dagegen schmeißt, Mann! Oh, das war gut, das ist ein kurzer Rhythmus, weil ich das damit müsste. Hier ist aber auch ein bisschen Blünchen. Willst du ein bisschen lauter reden? Nein. Herzlichen, ein bisschen lauter. Um den breiten Druck. Stimmt das? Und dann schauen wir, ob's geht. Ja, das ist gut. Ja, was kommt das da anliegen? Liegt das dann am Sticker vielleicht, weil der auch geschmort ist? Ho! Hehehe! Du hast dann schön versteckt von unten kommt. Schön versteckt von unten kommt. Wie nennt man das dann? Im Tacho. Im Tacho wieder leuchtet? 2, 2, 3, 2, 1... Action! Ist schon. Ist sicher, dass wir den richtig rum hingepolt haben? Der hört nimmer auf, gell? Ich weiß nicht, ob ich bei... Komm, komm, komm! Oh, leck mich fett, schau mal dir so. Corona ist dann nimmer, gell. Nett? Krass. Ihr könnt euch ungefähr an den... Aber, ich weiß nicht, wenn ich jetzt einen Grund noch für das Video hätte, dann könnte nämlich der Bernd erzählen, was in seinen Golf 2 reinfließt. Am meinen? Viel zu viel Geld. Du pflanzt doch auch deine Arscher am Kuchen auf, damit du mehr da wirst. Das nennt sich vaginal Herpes und juckt sehr stark. Aber jetzt fällt mir das auf, die Leute kennen dich gar nicht. Den tun wir auch nicht. Also das ist der Bernd. Nein, wirklich? Sag bloß. Von Ernie und Bernd. Nein. Du bist doch ein Trottel. Der Bernd von Ernie und Bernd. Ein gutes Intro. Nein, wie heißt das? Ich weiß gar nicht mehr, wie das Scheiß heißt. Wiggle, wiggle, wiggle. Nee, nee, nee. Bad, bad, boozy. Bad, bad, boozy. Bad, bad, boozy. Nein, komm, 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 komm. Ja, du bist doch ein Trottel. Na, von Bernie und Erd ist er. Kennst du die Folge, wo er sich irgendwelche Drogen auf dem Tisch vorbereitet? Und dann klingelt die Polizei und der andere kriegt alles ab. Und dann, scheiße, war bloß der Nachbar. Ja, du sollst doch keine Drogen reinpfeifen, wenn du sie nicht verträgst. Dann war mal das Ding wieder, ey, und das war's. Für heute. Ja, wink doch einfach noch. Ein bisschen weniger behindert. Ein bisschen mehr behindert. Okay, das mit dem winken lassen wir einfach. Quiert euch.